Du hattest recht, ich hätte nicht so viel essen sollen. Hast du dich schon entschieden? Nein, ich weiß noch nicht, was ich will. Irgendwie bist du heute so abwesend. Ist alles in Ordnung? Ich habe eine Idee, wir teilen uns ein Gericht. Ach komm schon. Ich will die Scheidung. Ciao. Gott Dohn. Untertitelung des ZDF, 2020